So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 21 und machen heute weiter mit dem Duell gegen Fortuna Düsseldorf. Da wollen wir natürlich den nächsten Schritt machen Richtung Titel. Nach dem Einzug ins DFB-Pokalfinale ist jetzt der Liga-Titel die nächste Prio. Aktuelle Vorsprung ist immer noch 6 Punkte, Turnierpreisgeld haben wir gerade bekommen. Wir haben jetzt nochmal 2,6 Millionen zusätzlich bekommen für den DFB-Pokal fürs Weiterkommen. Ja, wie gesagt, es kann sein, dass er in der nächsten Saison eine komplett neue Mannschaft hat. Also was heißt komplett neue, aber es werden einige neue kommen. So, okay, gehen wir rein ins Match und dann nach Atletico am Halbfinale. Ach Gottchen, nach United, denn Real, jetzt Atletico, ein Gegner mit dem wir uns schon mal auseinandersetzen durften. Damals in der Europa League war das, in der zweiten Saison, da haben wir es nämlich 2x2-0 gepackt. Aber auch das wird wieder eine neue Mannschaft sein. So, jetzt haben wir einen vermeintlich leicht gegen der Mitfortuna Düsseldorf. Ähm, aber, 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 bitte nicht unterschätzen die Jungs. Das kann auch anders ausgehen. Weil wenn ich ehrlich bin, vermeintlich beim Tabellenvorletzten die Punkte liegen zu lassen, wäre natürlich alles andere als clever. So, gehen wir rein ins Spiel. Spieltag Nummer 31. Gut, ja wie gesagt, Fortuna. Düsseldorf, das wollen wir heute packen, aber das hinkriegen, wissen wir noch nicht. Einer der interessantesten Spieler sein. Denn er hat das Karriere-Hende angekündigt und darf in der Startelf ran. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Ja, vor, wie gesagt, halbem Spiel, vermeintlich steht ein schwacher Gegner mit der Tabellen-17. Drei Spieltage oder vier Spieltage vor Schluss, hier die drei Punkte zuzumachen, den sechs Punkte Vorsprung auf Dortmund zu erhalten. Das wäre das. Aber wie gesagt, es kann alles anders ausgehen. Wir haben es noch gegen Freiburg gesehen, wie schnell das in die andere Richtung gehen kann. Wir haben es gestern in Frankfurt gesehen, da kann das auch da, wenn ein Gegner richtig drauf geht, haben wir unsere Probleme. Aber wie gesagt, Düsseldorf ist abgestiegen. Die haben nichts mehr zu verlieren, die können uns alles versorgen, oder zumindest ein Teil versorgen, aber das wollen wir heute verhindern. Wir spielen heute in einem offensiven Spiel von Weiß. Interessante Entscheidungen, Wolf, da ist eine Menge los im Mittelfeld. Da brauchst du gute Leute, da brauchst du Laufbereitschaft und Flexibilität. Na dann auf, gibt's Schalke. So, erstmal schon ans heiligsten Sätzen, erstmal Marco Richter, der im letzten Spiel gegen Frankfurt gefehlt hat. Das war so, er ziemlich bewusst aus Fitnessgründen gefehlt hat und es gibt das Meter. Der Schiedsrichter wollte den Vorteil laufen lassen, Richter hat nicht wirklich viel draus gemacht. Richard Stolperer, aber der Elfmeter. So, jetzt möchte ich gerne mal drauf gucken. Klarer Elfmeter als das, was Ludewig in Frankfurt fabriziert hat. Und jetzt hast du eine Chance durch Alario. Frühe Führung, dritte Minute, 1-0. Bloß schon keine Zweifel aufkommen lassen, dass das heute irgendwie schief gehen könnte. Wer verwandelt den Elfmeter? Überhaupt kein Problem. Nervenstark. Die nötige Technik ist da. Passt. Da ist die Freude groß, auch am Spielfeldrand. Sie liegen hier vorne und es sieht gut aus. So, auf geht's. Also, dritte Minute, Alario. Aber wie gesagt, heute haben wir bloß keine Zweifel aufkommen lassen. Relativ früh das Ding auf die Siegestraße bringt. Die Dortmunder so ein bisschen unter Druck zu bringen. Oh, der Chance für Fortuna bist du doch nach neun Minuten, ja, ja. Da steht noch ein Gegner auf dem Platz. Ja, mich dann natürlich. Sich mit Würde verabschieden aus der Liga, ganz klar. Wie gesagt, die sind komplett befreit. Die haben, der Abstieg entsteht nun mal unter Dach. Ist wahrscheinlich unter Dach am Fahrer. Ich habe, jetzt haben sie so neun Punkte Rückstand. Ja, das könnte heute durchaus durch sein. Obwohl, so ganz möglich ist es noch nicht. Aber wie gesagt, die Düsseldorfer war nichts zu verlieren. Und dann dieses Kula-Beltchen hier von Mako Richter. 2.0, äh, 13. Spielminute. Das war bei uns nicht mal Berichter. Das war Paulinho. Bei der Alarien-Spielgericht, da möchte der Paulinho gerne mitspielen. Ja, der war abgefälscht von dem Düsseldorfer da, von dem Innenverteidiger. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Nummer eingefangen. Ja, da kann der Kastenbeier überhaupt nichts machen. Sonst wäre der gar nicht so gefährlich gewesen, glaube ich. Aber Paulinho, wie gesagt, das 1.0 schon mal direkt relativ früh draufgestellt. Tor Nummer 24 fliegen. Alarien müsste 26.27 haben. Die 3.39 für die letzte Saison kriegt er nicht hin, aber... Naja. Lazza, vielleicht sein eines der letzten Spiele. So, warte mal gerade kurz. Es gab Elfmeter für die Gäste, aber sie haben diese Chance nicht nur zu können. Sein Schuss geht neben das Tor und das wird ihn natürlich erinnern. Es steht also weiter... Jamal Musiala. Naja, kommt nicht vorbei. So, Frage, für wen war das jetzt Elfmeter? War das für Borussia Dortmund? Also mal gucken, was die Schale an, was die Dortmund aneinander machen. Das kann ja heute schon der meiste, die die Klage gemacht werden. Wunderte, wie das heute in Dortmund ausgeht. Oder gegen Dortmund ausgeht. Aber der Ball ist erstmal weg. Die Chance auf den Konter. Können Sie was draus machen aus dieser Szene? Nee, da waren sie nicht schnell genug. Konter ist erstmal zu Ende. La Raza Balle. Über die Außenbahn. Hab dich... Gute Aktion, gut geklärt. Ich glaube, wenn der Kotscher warst. Marco Richter. Paulinho. Keine Abseits, oder? Doch. Geh abseits. Da läuft er einen Moment zu früh los. Mit Platz 1 momentan. Ist das eine überragende Saison. Kein Wunder also, dass sie auch voller Selbstvertrauen auftreten. Das passt einfach. Sie treten auf wie ein echter Tabellenführer. Und es geht mit Abstoß weiter. Ja, sagen wir mal so. Wir kriegen momentan auch selbst die Spiele, wo wir extrem gegenwind bekommen. Wie gesagt, gegen Freiburg in Frankfurt haben wir extremst gegenwind bekommen. Da war der Gegner relativ stark dabei, aber die Aufgaben haben wir bisher gelöst. Da ist der Manager nicht zu beneiden, wenn er adäquaten Ersatz finden will. Wie soll das gehen? Den Kempze nicht ersetzen, Wolf. So, Richter. 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 Und dann ist es Paulinho, der an Kastenmeier scheitert. Ah, schön. Und der Vorteil läuft. Und Kastenmeier stellt den Fuß ganz goldrichtig hin, dass der Paulinho den Ball nicht da reindrücken kann. Und das ist es jetzt. Mario 3, 0, 41. Ja. Ja, da sieht man wieder, was der am Ball alles drauf hat. Und dieses Tempo ist natürlich klasse. Der Antritt, die Abwehr am Ende, muss man halt ja gesagt, machtlos. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. 29, also 39, das wird verdammt engen werden. Ja, mit noch zehn Toren, die er erzielen muss. Aber mal gucken. Es sind dann aber nur noch drei Spieler. Der muss drei bis vier Tore pro Spiel machen, um das irgendwie nochmal hinzubekommen heute. Oh, der kann da überlaufen, oder? Kann er den überlaufen? Nee, kann er nicht. Aber erst mal wichtig, in der ersten Halbzeit keinen Zweifel aufkommen lassen, dass Düsseldorf hier heute irgendwas mitnehmen könnte, sich da irgendwie retten könnte. Und mit diesem Sieg wäre der Abstieg für die Fortuna auch besiegelt. Aber wie gesagt, es sind noch 45 Minuten zu gehen. Es kann noch ein bisschen was passieren. Wir haben schon Spiele erlebt, aber alles möglich. Ja, aber mal gucken. Also, Dortmund führt uns in Köln mit 1 zu 0. Das ist nochmal der kurze Zwischenstand. Wir führen 3 zu 0. Es wird also spannend. Danach ist erstmal noch Champions League Halbfinale, nämlich Hinspiel gegen Atletico. Frage, dürfen wir zum ersten Mal auswärts am Anfang getreten? Oder müssen wir wie gegen United und auch gegen... gegen Real erstes Zuhause ran. So, Alario, der wird natürlich jetzt 4 zu 0. Stellt auf 30. Dafür, dass er eigentlich so eine wirkliche Durstphase hatte, wo er wirklich 3-4-Spieler, glaube ich, gar nicht getroffen hat und überhaupt nicht hinbekommen hat. Läuft es jetzt gerade so ein bisschen wieder für ihn? Eigentlich war Paulin ja schon ein bisschen weg von ihm, aber... Und damit haben wir auch in der 4. Saison hintereinander weg unseren besten Stürmer über 30. Wir kommen in der 1. Saison, glaube ich, Kubiljanski mit 34, zweite Spielweise Terodde, glaube ich, mit über 30. Ich glaube, 32 auch, 33, irgendwie so. Letzte Saison, Alario 39, jetzt Alario wieder 30. Also, das läuft gerade so ein bisschen. Also, unsere Offensive, ich komme mit dem Stürmer, aber ich fühle Glück bisher. Paulin ja. Gut, dass da der Düssel davon auch reinkam. Also, für das war das Glück, für uns nicht so. Schon wieder zu Hause. Ich würde gerne mal ein Heimspiel zuletzt haben, damit wir da vielleicht weiterkommen können. Jetzt müssen wir uns wieder auswärtsregeln. Versuchen zumindest. Allario und der nächste, Kastenmeier. Das ist der wenig bisher heute, das ist nicht sein bestes Spiel. Es gibt Neuigkeiten im Rhein-Energie-Stadion. Das ist gefallen, ich gehe kurz ab an Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer. Borussia Dortmund. Der neue Spielstand heißt 3-4-0. Gefährlich jetzt. Und ich glaube, damit ist die Gefahr jetzt erstmal bereit. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Also, Doppel für 2-0 in Köln, das haben wir gerade noch reinbekommen, das Ergebnis. Okay, dann bleibt es also, wird es heute definitiv vertagt. Und jetzt werden sich natürlich ärgern, das war eine richtig gute Chance. Die Nummer 19, Emanuel Ior. Neu in der Partie, die neue Bundesliga geht es für die Gäste. Die vollen Freude. Ja. Ballverlust. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Im Rhein-Energie-Stadion hat sich was gewechselt. Alario. 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 Tor. Tor Nummer 31. Na, und so viel zum Thema. Ich schaffe vielleicht nicht die 3,39 oder mehr. Mal gucken. Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Der gute Pass. Da ist er einfach gedankenschneller. Ja, in der Tat viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Ah, wieder Alario. Wichtig ist, wie hier. Na, da kommt für den Tempo von der Spitze für der Dings sich rein. Gute Ball geholt. Jetzt können Sie angreifen. Klasse Pass. Kein guter Schuss. Schade. Den hätte ich gerne auch mit reingelegt da vorne. Ja, umso mehr Tore ja natürlich. Heute schießt er, umso besser ist es. So, im Olympia-Stadion gibt es Neuigkeiten. Es ist ein Tor gefallen. Ich gehe mal eben rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Hertha BSC. Der neue Spielstand lautet damit also 2 zu 1. Gespielt sind 78 Minuten. Danke für das Update. Paulinho, der hat noch ein bisschen Power. Hat gefälscht und drin das Ding. 6 zu 0, Marco Richter. Ich wollte eigentlich querlegen auf Alario, dass der nehmen wir immer noch mal rein. Und wir sind, dass er heute seinen viertes und fünftes Tor macht. Da siehst du natürlich nie so gut aus wie bei einem Eigentor. Aber was du... 15. Saisontor, Marco Richter. Jetzt muss Alario tatsächlich runter. Er bringt jetzt auch nichts, wenn ich den nicht bin. Wenn ich den jetzt verliere, dann hat sich sowas... Ähm, macht es für mich auch keinen Sinn. Wenn der zweite Team und so der abgefälscht rein tropft... Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Jetzt wechselt da Alario tatsächlich mal raus. Ball ist wieder weg. Ball ist wieder weg. Becker. Und der nächste Elfmeter. Schaut jetzt jetzt der Alario drin lassen können, weil jetzt er noch mal gelb Zimmermann. Und jetzt gibt es Elfmeter. Und gelb für das Foul auch noch. Und jetzt gibt es Elfmeter. Und jetzt gibt es Elfmeter. Und jetzt gibt es Elfmeter. So, Timo Becker. Der hat den Elfmeter rausgeholt. Der darf ihn auch verwandeln. Tor Nummer 7 am heutigen Tag. Timo Becker. Das ist eindeutig heute, zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können. Irgendwie. Die letzten zwei Minuten sind angebrochen. So, wenn er jetzt natürlich da vorne rein startet, der Al-Rashiza. Auch der Pass 8 zu 0. Die Schalke aber rollen die Fortuna. doch noch der Doppelschlag. Doch noch der Doppelschlag hier. Auseinandergenommen. Miller Drashiza 8 zu 0. Und führen daher auch in der Höhe verdient. Schlussweg. Nun steht es fest. Sieger dieser Partie sind die Asgeber. Und das Tier hat den Stolperstein mal genutzt. Weil wir gesagt, wir hätten nur verlieren können heute. dieses Spiel unbedingt für sich entscheiden. Lukas Alario, vier Tore heute gemacht. 31 hat er jetzt. Drei Spiele sind es noch. Mal gucken. Vielleicht packt das noch. Neun Tore fehlen ihm noch. Ich müsste jetzt einen Hattrick pro Spiel schießen. Aber wie gesagt. Mal schauen. So. In der Höhe auch verdient. Dortmund gewinnen wir uns in Köln. 3 zu 0. Damit ist auch da die Meisterschaft wieder vertagt. Die Frage ist, ob wir es im nächsten Spiel hinbekommen. Aber. Na gut. In dem nächsten Liga-Spiel. Weil jetzt steht es nämlich als nächstes Adetico an. Und das wieder mit einem Heimspiel. Als erstes. Und naja. Wir sehen uns wieder. Und ich freue mich, wenn ihr einschalten möchtet.